Immer und überall mit dem e-Up verbunden. Mit dem Smartphone ist sein Status jederzeit und von überall abrufbar. Live werden die Informationen vom e-Up auf das Smartphone übertragen. Zum Beispiel, ob die Türen geschlossen sind, wo der e-Up parkt und wie weit seine Batterieladung reicht. Carnet e-Remote kann aber noch mehr. Es lädt den e-Up ferngesteuert. Die App erkennt, der e-Up ist angeschlossen. Ein Klick, der Ladevorgang startet und die App informiert über Ladefortschritt und Tower. Die persönliche Wohlfühltemperatur ist schnell eingestellt und pünktlich zum Fahrtantritt erreicht, mit Strom aus der Steckdose. Alle Carnet-Funktionen stehen auch im Carnet-Portal von Volkswagen zur Verfügung. Carnet e-Remote – den e-Up im Blick.